Mohammed Ibn Idris As-Shafi'i war ein bedeutender islamischer Rechtsgelehrter, auf den eine eigene Rechtsschule zurückgeführt wird, die als schafiitisch bezeichnet wird. As-Shafi'i gilt auch als der eigentliche Begründer der islamischen Rechtstheorie. Leben As-Shafi'i gehörte zum mekanischen Stamm der Quraysh und war ein Nachkomme von Al-Muttalib, dem Bruder von Hashim Ibn Abed Menif. Er verbrachte seine Jugend in ärmlichen Verhältnissen in Mekka und besuchte dort die Lehrsitzungen von Muslimi B.N. Khalid Az-Sanshi, der als Mufti der Stadt fungierte, und zu Johanni B.N. Uyayina. Nachdem er mit 15 Jahren von Khalid die Erlaubnis erhalten hatte, Fatwas zu erstellen, wandte er sich um 786 Maliki B.N. Anas in Medine zu und wurde sein Schüler. Das Angebot Harun Arashids als Kadhi in den Jemen zu gehen, lehnte As-Shafi'i ab. Möglicherweise wegen seiner Sympatien für die Aliden, die daran erkennbar sind, dass er sich bei einem Zwischenaufenthalt im Jemen am Aufstand des Hassaniden Yahi Jai'i B.N. Abdallah beteiligt hatte. Ab 810 lehrte er in Bagdad. Während seines mehrjährigen Aufenthaltes im Irak hatte er auch Disputationen mit dem Hanafiten As-Shaibani. Um 814 ließ sich As-Shafi'i in Fustat nieder, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 820 in der AMR-Moschee lehrte. Hier hatte er auch Kontakt zu Sayida Nafisa. Werke As-Shafi'i soll insgesamt über 100 Schriften verfasst haben, von denen 109 bei Ibn Anadim aufgeführt werden. Besonders wichtig waren davon Risala. As-Shafi'i nannte sein Buch selbst Alkitab. Der Titel Isen-Schreiben bezieht sich darauf, dass As-Shafi'i dieses Werk als Antwort auf Bitten des Traditionisten Abed-A-Rahman Ibn Madi abfasste und ihm zuschickte. Abed-A-Rahman hatte ihm gebeten, ein Werk abzufassen, das sich mit rechtlichen Aussagen des Korans den historischen Berichten, die sich auf sie beziehen, und der Beweiskraft des Aidschma befasst und Klarheit über die approgierenden und approgrierten Aussagen von Koran und prophetischer Sonnerschaft. Das Buch, das mehrfach kommentiert worden ist, gilt als das erste Werk zu den Usul al-Afiquh. Allerdings kommt dieser Ausdruck an keiner Stelle des Werks vor. Nach Lauri dreht sich As-Shafi'i Isrisala vor allem um das juristisch-hemeneutische Konzept des Bayern. Nach diesem Konzept ist das islamische Gesetz grundsätzlich in Koran und Sunna enthalten, wobei sich die einzelnen rechtlichen Regeln auf fünferlei Art aus diesen Quellen ergeben. Aus dem Koran allein, aus Koran und Sunna zusammen, wobei beide auf dasselbe hinauslaufen, aus Koran und Sunna zusammen. Wobei die Sunna den Koran erläutert, aus der Sunna allein, aus keiner der beiden Rechtsquellen. In letztgenanntem Fall ist eigene Urteilsbemühung erforderlich. Kitabal-Umm Es handelt sich um eine Sammlung von Abhandlungen As-Shafi'is, die erst nach seinem Tode von Schülern besorgt und unter diesem Titel verbreitet wurde. Die moderne Druckausgabe umfasst sieben Bände. Kitabitilaf al-Hadid Das Werk ist am Rande des Kitabal-Umm abgedruckt worden. Punkt. Nachwirkung Stellung in der Schafi'itischen Rechtsschule Obwohl sich As-Shafi'i in seinen Werken stark gegen das Prinzip des Taklit, der Übertragung der Urteilsfindung an einen anderen, ausgesprochen hatte, bildete sich nach seinem Tod ein eigener Medhab um seine Lehren mit Zentrum in Ägypten. Von dort verbreitete er sich im 10. Jahrhundert in den Irak und nach Khorasan. Mehrere Schafi'iten, darunter Al-Baihaki, Fahreddinarazi und Ibn Hajar al-Asqalani, verfassten später Werke über die hervorragenden Eigenschaften As-Shafi'is. Die Schafi'iten sahen in dem Gründer ihrer Rechtsschule einen Verteidiger der Sonna des Propheten, im Gegensatz zu Abu Hanifa, der ihnen als Verfechter des Ra-Yi-Galt. Fahreddinarazi erklärte in seinem Werk, dass die muslimischen Gelehrten zwar schon vor As-Shafi'i Fragen der islamischen Rechtstheorie behandelt, jedoch noch keine universalen Prinzipien besessen hätten, denen sie bei der Behandlung dieser Fragen folgen konnten. Das, was As-Shafi'i hinsichtlich der Wissenschaft von der Offenbarung geleistet habe, entspreche dem, was Aristoteles vorher für die Verstandeswissenschaft geleistet habe. Allgemein betrachteten die schafi'itischen Gelehrten As-Shafi'i als den Begründer der Usul al-Afikuh-H. Zwei schafi'itische Autoren des 14. Jahrhunderts, As-Subki und Az-Zakashi, lieferten in ihren Werken lange Listen von Usul al-Afikuh-H-Büchern, die sie jeweils mit der Risala As-Shafi'is beginnen ließen. Die Verehrung von As-Shafi'is Grab As-Shafi'i stand auch schon früh im Rufe eines Heiligen. Nach einem Bericht am Makreises trat im Jahre 1081 Naisem al-Mulk, der Vesier des Seltschukenreichs, mit seinem fatimidischen Kollegen Badr al-Jamali in briefliche Verhandlungen, um die Überreste As-Shafi'is nach Bagdad überführen zu lassen, weil er damit seine Nisamia-Schule, in der As-Shafi'is Rechtssystem gelehrt wurde, ausstatten wollte. Als jedoch Badr al-Jamali mit seinen Leuten daran ging, den Leichnam As-Shafi'is zu exhumieren, kam es zu heftigen Protesten der örtlichen Bevölkerung, die den Vesier und seinen Oberherrn, den Kalifen Al-Mustansir, jedoch nicht davon abhielten, an dem Unternehmen festzuhalten. Al-Makrizi berichtet, dass nun aber durch ein wunderhaftes Eingreifen As-Shafi'is der Plan vereitelt wurde. Just zu dem Augenblick, als sich die Bauleute daran machten, die Ziegeln des Grabes abzutragen, trat nämlich ein betörender Duft aus seinem Grab, der diese für eine Stunde ohnmächtig werden ließ. Als sie wieder aufwachten, sollen sie sich geweigert haben, das Unternehmen fortzusetzen und das Grab wieder verschlossen haben. Im Jahre 1211 ließ Al-Malik al-Kamil über dem Grab As-Shafi'is ein Mausoleum errichten. Der Kupp-El-Bau liegt weit im Südosten des Kairoer Gräberviertels. Der reich verzierte hölzerne Sarg wurde früher in einer Jahreswahlfahrt aufgesucht. In weiteren Grabstätten der Anlage sind der Erbauer der Moschee und seine Familie beigesetzt. Wertschätzung außerhalb der schafiitischen Rechtsschule Auch außerhalb seiner Rechtsschule wird As-Shafi'i als Rechtsdenker geschätzt. So verbreitete sich die Auffassung von As-Shafi'i als Begründer der Usul al-Fiqh ebenfalls in anderen Rechtsschulen. Han-Beleiten versuchten aufzuzeigen, dass As-Shafi'i mit ihnen in der Ablehnung des Kalam übereinstimmte. Ibn Kayyim al-Jawziah schloss dies unter anderem aus der Tatsache, dass in der erweiterten Hamdala am Anfang von As-Shafi'i's Risala Gott als derjenige beschrieben wird, der so ist, wie er sich selbst beschrieben hat und über dem steht, womit ihn die Menschen beschrieben haben. Ibn al-Imad überlieferte von ihm den Ausspruch, Es gibt nichts, was mir mehr verhasst ist als der Kalam und seine Anhänger.